Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Büffel sind ausgeblieben Was ist mit den Büffeln passiert? Der ein berühmter Häuptling werden wird Ich will helfen Sein Name, Winnetou Du bekommst eine Aufgabe Ich dachte, Vater würde ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe geben Er denkt vielleicht, du bist noch nicht so weit Dann werde ich das ihm beweisen Lass es los, Pferdedieb Ich wollte ihn doch nur streicheln Ohne die Büffel werden wir den langen Nachtmuhl nicht überleben Wenn ich wüsste, wo sie sind, mach mich los und ich bring dich hin Du musst mich zu diesem Top bringen Er ist ja wohl der meistgelogte Verbrecher des Wilden Westens Mein Gott Was will der Scherder von dir? Kannst du dir in Gang des? Ich bin ein Diener Hört euch ein paar Stunden auf, so? Ernsthaft? Wir werden das Land verlassen Mein Verstand wollte dir nicht trauen Doch ich bin der Stimme meines Herzens gefolgt Was bedeutet Winnetou? Schlecht gelaunter Wolf? Oder vielleicht... Brennendes Wasser Hä? Aber Wasser kann doch gar nicht brennen Was ist die Fähigkeit? Schlecht Moment? Oder vielleicht hab ich mich verletagens андver falle